Über 7.000 Menschen lassen sich in diesem Jahr in Frankreich in der Osternacht taufen. Da handelt es sich um Jugendliche und Erwachsene, die sich bekehrt haben und in die Kirche entweder zurückkehren möchten oder eben überhaupt das erste Mal in die Kirche eintreten. Diejenigen, die aus atheistischen und überhaupt nicht religiösen Haushalten kommen, dieser Anteil steigt immer weiter. Und das kann nur eine große Gnade sein, denn gleichzeitig geht ja die Anzahl der Katholiken immer weiter zurück. Die Leute verabschieden sich aus der Kirche und das, was da wegfällt, auf der einen Seite, weil sie die Kirche wohl nicht mehr verstehen oder warum auch immer, wird auf der anderen Seite noch nicht aufgefangen. Aber es gibt eine große Tendenz hinzu, dass eben Menschen von Gnade berührt werden, von denen man es nicht gedacht hat. Und eine weitere Nachricht kommt aus den Vororten, aus den, wie man in Frankreich sagt, Montlieus, der großen Städte. Dort organisieren sich Jugendliche, Kinder und Jugendliche, muss man sagen, in einem großen Artikel in La Croix, einer katholischen Wochenzeitschrift hier in Frankreich. Da organisieren sich junge Schüler in großen Gruppen, um eben ihren Glauben zu praktizieren. Sie werden provoziert, so sagen sie es selber, von ihren muslimischen Mitschülern, die ihnen sagen, du kommst sowieso in die Hölle, weil du nicht den richtigen Glauben hast. Und dann fangen sie an, sich mit ihren eigenen Glauben auseinanderzusetzen, der immer irgendwo rudimentär noch vorhanden ist, weil es ist ja auch ein ehemals katholisches Land, Frankreich. Und dann kommen sie darauf, dass das sich tatsächlich lohnt. Es gibt Kirchen in den Vorstädten, wo diese Wohnblocks sind und wo das Leben eigentlich ziemlich anstrengend ist, wenn man sich nicht, sagen wir mal, der Masse anpasst, die sich nicht anpassen. Und diese Kirchen sind voll und die Jugendlichen machen Anbetungen, sie machen Gebetsstunden, sie machen Veranstaltungen, um ihren Glauben zu stärken und ihn auch weiter zu verbreiten. Auch das kann man nicht erklären, außer durch eine enorme Gnade, die durch, wie auch immer, plötzlich auftritt und uns große Hoffnung gibt. Und wir versuchen mit Pater Pio genau das noch zu steigern, indem wir Pater Pio bekannt machen, indem wir ihm sagen, bitte hilf, dass wir Gnaden bekommen, dass die Menschen sich bekehren. Und wenn sich insbesondere die Jugendlichen bekehren und die jungen Erwachsenen, dann ist Hoffnung da. Und die Geschichte von heute, die ich mit Ihnen teilen möchte, ist wieder ein kleiner Ausschnitt aus der wunderbaren Welt von Pater Pio. Ein Ausschnitt, der uns wieder eine Facette von ihm zeigt, die wieder erinnert an unseren Herrn Jesus Christus, nämlich das Vergeben. Und das Vergeben vor allen Dingen noch bevor der andere auf mich zukommt und sagt, bitte, ich habe mich schlecht benommen, verzeih mir bitte. Pater Pio nimmt das schon vorweg und lebt damit das Vaterunser, in dem wir ja bitten, vergib uns unsere Schuld. Auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Pater Pio ist dort ein großes Vorbild. Also hören wir uns das an, was er uns durch diese Geschichte sagen möchte. Und diese Geschichten müssen wir verbreiten. Diese Geschichten müssen wir verbreiten, damit Pater Pio sichtbar wird. Und das ist unser Ziel, sichtbar machen von Pater Pio. Denn erst wenn er sichtbar ist und wenn man von ihm hört, kann er wirken. Und das hat er während seines Lebens gezeigt. Alle Menschen, die sich bekehrt haben, haben irgendwann mal von ihm gehört und sind dann in seinen Bann gezogen worden. Und das ist sein Charisma und dieses Charisma hat er auch heute noch. Und täglich, täglich werden Menschen bekehrt durch seine Fürsprache. Und lassen Sie uns das machen. Aber nun zur Geschichte. Pater Pio, die wahre Geschichte von Bernard Ruffin. Ein englisches Buch, ich weiß nicht, ob es das in Deutsch gibt. Aber schauen Sie mal nach. The True Story heißt das. Von Bernard Ruffin. Ende 1929 war es, hegte Pater Giovanni Missio, einer der Priester von San Giovanni Rotondo, also des Ortes, eine unglaublich starke Eifersucht auf Pater Pio. Neid und Eifersucht. Der hatte nämlich schon den Ruf der Heiligkeit und zudem kam ein großer Strom von Gläubigen aus der ganzen Region. Dieser Pater hegte eine tiefe Feindseligkeit gegenüber dem guten Kapuziner und schrieb eben auch ein Buch, um den Ruf von Pater Pio und seiner Familie zu schädigen. Sie werden sich fragen, was da drin stand. Nun, wir wissen es nicht, aber mit Sicherheit war es schlimm, denn auf höhere Anweisungen wurde das Buch aus dem Verkehr gezogen, um Schaden von der Kirche zu nehmen. Was wir wissen ist, dass es Verleumdung gegen Pater Pio und seine Familie enthielt. Also völlig falsche Gerüchte. Und eben von Pellegrina Forgione, einer der Schwestern des Paters, handelte, die das schwarze Schaf der Familie war, das Komfort, und die die Beziehung zu ihrer Familie abgebrochen hatte und den Pater, ihren Bruder, nie in seinem Kloster besucht hatte. Wie auch immer, Pater Giovanni Mizzio war sich sicher, dass er auf die eine oder andere Weise von der Verbreitung seines Buches profitieren würde. Er reiste nach Petelcina, da wo Pater Pio geboren wurde, und übergab ein Exemplar seines Buches an den Bruder von Pater Pio, Michele, der, wie man sich denken kann, nicht das kulturelle Niveau seines Kapuzinerbruders hatte. Und er erklärte dann, dass er bereits, und der Pater erklärte ihm, dass er bereits einen Vorschuss von 5.000 Lire für die Veröffentlichung des Buches erhalten habe. Also viel Geld, eine beträchtliche Summe in dieser armen Region Süditaliens. Dass er jedoch die Veröffentlichung stornieren und das Geld zurückgeben würde, wenn die Familie Forgione ihm den gleichen Betrag zahlen würde. Es handelt sich also ganz einfach um eine Erpressung in seiner niedrigsten Form, weil er sich gegen einen Priester richtet, der unschuldig ist und versucht, die Schwäche von Michele Forgione zu missbrauchen. Das Skandalöseste ist, dass es von einem Priester selbst kommt. Michele erklärte Pater Giovanni, dass er nicht viel Geld zur Hand habe, aber bereit sei, einen Teil seines Landes seiner Familie zu verkaufen, um zu verhindern, dass das Leben von Pater Pio durch all dies gestört würde. Das Land war immerhin die Grundlage seines Lebens. Pater Giovanni Missia stimmte dem Deal zu. Michele ging jedoch zu einem Freund von Pater Pio, der von unserem guten Kapuziner nach einem ziemlich chaotischen Leben bekehrt worden war. Er war das erste geistliche Kind von ihm. Dieser Mann hatte viel erlebt, wie man so schön sagt. Er war Schauspieler gewesen und hatte dann verschiedenste Berufe ausgeübt. Und vor dem Zweiten Weltkrieg, also etwas später, als unsere Geschichte spielt, spielt, gründete er ein Unternehmen, verkaufte es und wurde dadurch sehr reich. Es war Emanuele Brunato, der erste geistliche Sohn des Pater Pio, der auch vor allen Dingen der erste große Spender der Casa Solievo de la Soferenza war, dem Krankenhaus von Pater Pio. Er selber betrachtete sich schon früh als Hüter des Rufes von Pater Pio und war dafür bekannt, dass er niemanden fürchtete, was ihn dann auch später in Schwierigkeiten führte, besonders mit dem Vatikan, weil natürlich Pater Pio wurde immer angegriffen und er wurde immer wütender darüber. Und bis dann Pater Pio ihm sagen musste, jetzt lass mal gut sein, und dann ließ er auch nach. Wie gesagt, der Vatikan war dann am Ende des Tages nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen. Also, er machte sich aber dann sofort auf den Weg nach Rom, wo er Kardinalstaatssekretär Gaspari über Pater Missias schändliches Vorhaben informierte und ihn darüber in Kenntnis setzte. Der Kardinal war wütend und rief, bringen Sie Pater Giovanni in der Gitter. Da hatte er immerhin Pater Pio noch einen Verbündeten. Wie Sie sich denken können, machte dies die Situation noch schlimmer, denn ein Priester hinter Gitter zu bringen, war zu der Zeit ein sicherer Medienskandal. Nach seiner Rückkehr nach Petricina machte Michele einen neuen Deal mit Pater Giovanni. Und das war der Trick. Er bot ihm 4000 Liren Bar an und versprach, den Rest nach dem Verkauf des Grundstücks zu spenden. Pater Giovanni nahm das Angebot an und nahm das Geld, wusste aber nicht, dass Michele Banknoten gegeben hatte, deren Seriennummer abgelesen und bei der Polizei registriert worden waren. Die Polizei war nun auch darüber informiert, über die Erpressung und um den Fall von Pater Giovanni noch zu verschlimmern, erwischte ihn die Polizei auf frischer Tat, als er gerade dabei war, ein Beweisstück der Straftat zu zerstören. Das war ein Drohbrief, den er an Michele Forgione schicken wollte, in dem es hieß, ihre Tage sind gezählt. Als die Nachricht Pater Pio erreichte, der nichts von der Verschwörung wusste, wäre unser Kapuziner um einer ohnmächtig geworden. Und da zeigt sich unsere große Liebe zum Priestertum von Pater Pio, der nämlich nicht nur den Menschen sieht, der natürlich hinter jedem Priester steht mit seinen ganzen Schwächen, sondern eben die ganze Würde des Priesters an sich, der ja mindestens einmal am Tag während der Heiligen Messe anstelle oder seinen Körper leiht, unserem Herrn Jesus Christus, damit er auf den Altären präsent werden kann. Also die ganze Würde und Ehre, die eben ein Priester umgibt, all das kollidiert natürlich mit dieser unglaublichen Tat. Aber noch mehr würde ihn Pater Pio es grämen, wenn er sieht, dass dieser Priester auch noch ins Gefängnis müsste. Aber er kannte die Seele von seinem Mitbruder, also Mitbruder im Priesteramt, und deswegen reagierte er so. Und er bat seinen Bruder eben keine Anzeige gegen den Priester zu erstatten. Aber Michele weigerte sich auf ihn zu hören und sagte, es ist meine Pflicht, meinen Bruder gegen die Verleumdung zu verteidigen. Das ist sicherlich ehrbar, aber Pater Pio wusste mehr. Er besteht darauf, dass die Angelegenheit nicht vor Gericht gebracht wird und Michele antwortet ihm, dass sie sich bis zur Anhörung nicht mehr sehen würden. Daraufhin nahm Pater Pio Kontakt mit dem Anwalt seines Bruders auf, der sich bereit erklärte, zu ihm zu kommen. Sie sprachen eine Stunde lang in der Zelle und mindestens ein Mitbruder im Kloster hörte, wie der Ton zwischen den beiden Männern immer lauter wurde. Als Caprile, der Anwalt, schließlich beschließt zu gehen, ergreift Pater Pio seine Hand und fleht ihn an, versprechen Sie mir, dass Sie nicht zulassen, dass Pater Giovanni verurteilt wird. Daraufhin sagt der Anwalt, schauen Sie Pater, Sie wissen, dass ich nicht das Recht habe, gegen meinen Klienten zu arbeiten und Ihr Bruder ist nun mal mein Klient. Pater Pio war sehr aufgebracht und sagte, ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt, ich habe Sie geschickt, um sicherzustellen, dass der Priester nicht verurteilt wird. Und dann war der Anwalt etwas unsicher und sagte, schauen Sie, es ist Ihr Wille und da Sie mir einen Befehl gegeben haben, werde ich alles tun, um die Umstände zu mildern und den Priester zu retten. Nachdem der Anwalt gegangen war, lief Pater Pio in seiner Zelle auf und ab, schüttelte in den Kopf und vergoss Tränen. Er sagte immer wieder, ein Priester hinter Gitter und das alles wegen Pater Pio. Er dreht die Dinge um und er zieht die Sachen an sich. Er kann ja sagen, es ist mir wurscht, er geht hinter Gitter und dann hätte er mich nicht verleumdet, dann wäre ihm das nicht passiert. Aber er dreht es um. Er sieht die Schwäche dieser Seele. Da können wir viel drüber nachdenken, wenn wir schnell sind im Verurteilen und sagen, ach, böse Personen. Aber vielleicht hilft es dieser Person gerade, dass man auf sie zugeht in dem Moment. Und das ist beeindruckend. Der Anwalt nämlich hielt sein Versprechen und obwohl der Richter das Manuskript von Pater Giovanni abstoßend fand und vor allem, weil es eben von einem Priester geschrieben worden war, wurde die Strafe von Pater Giovanni zur Bewährung ausgesetzt. Also es landete zwar vor Gericht, aber er kam nicht ins Gefängnis. Pater Pio und sein Bruder versöhnten sich und Pater Giovanni kam zu den beiden, um sie um Vergebung zu bitten. Was zumindest Pater Pio natürlich schon lange gegeben hatte. Sie vergaben und umarmten Pater Giovanni und versicherten ihm, dass alles vergeben sei. Es ist alles vergeben und damit ist es auch vergessen. Es gibt den Spruch vergeben, aber nicht vergessen. Der ist nicht gut. Und Pater Giovanni wurde nie von seinen Vorgesetzten für seine kriminellen Aktivitäten bestraft, aber bis zu seinem Tod, 40 Jahre später, besuchte er weiterhin regelmäßig das Kloster, um Pater Pio zu sehen und um seine Gebete zu bitten. Warum berührt uns diese Geschichte? Weil die großzügig gewährte Vergebung über die bloßen Naturkräfte hinausgibt. Sie haben das gehört. Bei Ihnen hat sich wahrscheinlich auch alles gesträubt. Und das ist unsere natürliche Reaktion. Und die natürlichen Kräfte erlauben zweifellos gewisse Vergebungen, wenn es auf einem geringeren Niveau ist. Aber angesichts der Schändlichkeit wehrt sich die Eigenliebe der Menschen so sehr, dass es einer Gnade Gottes bedarf, um sie zu überwinden. In dieser wunderbaren Geschichte sehen wir, wie Pater Pio die Essenz des Gebetes Jesu verkörpert. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Herz von Pater Pio kannte keine Groll und der Gedanke an Rache war nicht in seinem Geist. Schließlich kommt die Weisheit von Pater Pio besonders zum Vorschein. Denn was war der beste Weg, um Pater Giovanni zu bekehren? Er hatte die Drohung des Gefängnisses, die der Bruder von Pater Pio eine ganze Weile aufrechterhielt, um ihn zu bestrafen. Und dass er dem durch die Güte von Pater Pio entkam, ließ ihn in sich zusammenfallen. Kein Neid, keine Eifersucht, nur noch Liebe. Unser guter Kapuziner wusste, dass Barmherzigkeit in seinem Fall tiefer wirken würde, als eine Verurteilung durch die Justiz. Pater Giovanni bereute und verbrachte den Rest seiner Tage als Büßer, um sich vor Pater Pio zu demütigen. Über diese Geschichte kann man lange meditieren, kann man lange darüber nachdenken. Und sie ist so wichtig, weil die Welt genau das Gegenteil getan hätte. Und wie so oft, die Welt macht immer das Gegenteil eigentlich von dem, was Jesus uns bittet zu tun. Und aus dem Grunde sind wir in der Misere, in der wir heute sind. Die Menschen kehren sich von Gott ab. Dadurch wird die Gesellschaft gottlos und die Nation wird gottlos. Und die Nation, die gottlose Nation, die sich gottlos verhält, wird bestraft werden. Der heilige Augustinus ist da sehr klar darüber. Die Mutter Gottes in Fatima hat genau das Gleiche gesagt. Um das zu verhindern, sind wir aufgerufen, zu missionieren. So wie wir können. Wir sind keine Priester, wir sind aber Laien und wir können missionieren mit Pater Pio. Und das ist das, dieser ganzen Geschichten, dieser ganzen Sichtbarmachen das Sichtbarmachen von Pater Pio, ihn zu zeigen, wie es sein könnte. Und das Schöne bei Pater Pio ist, in dem Moment, wo wir ihn zeigen, greift er schon auf die Seelen zu. Und das ist, da spielen wir sozusagen mit gezinkten Karten. Wenn wir Pater Pio mit unseren Bildern, unseren Aufklebern, unseren Medaillen, unseren Gebetsheftchen sichtbarmachen, dann werden sich die Bekehrungen von selber einrichten. Und in diesem Sinne, schauen Sie, was Sie machen können, bestellen Sie die Bilder, bestellen Sie alles, was wir da unten haben, verbreiten Sie es, seien Sie Missionar und danken Sie, wenn Sie diese Bilder bekommen, den Pater Pio Schützlingen, die das alles möglich machen. Wenn Sie selber einer werden wollen, schauen Sie in die Beschreibung, unterhalb des Videos und da werden Sie alles finden, was Sie benötigen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal.